Warte, komm! Warte, komm! Dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast. Heute ist Marcello dabei. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wir sprechen nächstes Fremdwort über Jyotich, die vedische Astrologie. Lange, besser gesagt noch nie was davon gehört, bis Marcello mir meine Palmblattlesung übersetzt hat. Deswegen sind wir nämlich auch zueinander gekommen über MyPalmleaf. Und er war sozusagen der Übersetzer von der Indisch-Englisch-Variante in das Deutsche. Und ja, wir haben uns über vedische Astrologie unterhalten und habe gedacht, das klingt spannend. Lass uns doch mal reinspringen. Hallo Marcello, schön, dass du da bist. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich auch sehr über diese Begegnung. Voll gut. Ja, die Palmblätter haben uns zusammengebracht. Ich bin sehr, sehr begeistert gewesen, dass du mein Übersetzer warst, dass du es gemacht hast, wie du es gemacht hast. Und schon in der Vorbereitung sozusagen und in der Palmblattlesung ist immer mal auch Astrologie, vedische Astrologie, die Umrechnung gefallen. Magst du mal den Brückenschlag von Palmblattlesung zu vedischer Astrologie machen? Was hat das miteinander zu tun? Ui, jetzt steigen wir mal richtig. Ja komm, wir legen gleich. Ich frage dich dann auch später noch, wie es dir geht. Danke. Können wir aufschieben. Also vedische Astrologie und Palmblattlesen, in erster Linie der erste wichtige Punkt ist, dass auf den Palmblättern dein indischer oder vedischer Horoskopfaktor dann Aszendent abgebildet ist und auch dein sogenannter Geburtsstern, das ist die Fixsternkonstellation, in der dein Mond steht. Und das ist für mich als Astrologen immer das aussagekräftigste Kriterium. Ist es jetzt wirklich dein Palmblatt oder ist es vielleicht, gehört es jemandem, der 20 Minuten vor dir geboren wurde, aber dessen Eltern zufällig gleich heißen und der auch Martin heißt. Hätte auch sein können, dann hätte ich auch gesagt, ist nicht sein. Und die Tatsache, dass viele Transitfiguren, Transit-Yogas in der Palmblattlesung eine große Rolle spielen in der Interpretation der Resultate, die auf dem Palmblatt draufstehen. Auf dem Palmblatt an und für sich ist nur so ein Schallplan drauf mit fix und fertig Endergebnissen, so und so wird das Leben desjenigen verlaufen, aber über den Weg, den Weg dorthin, den bringt die indische Astrologie im Rahmen der Transitdeutung letzten Endes. Und ich gebe dir recht, wir sind ganz schön schnell vom Zehner gesprungen. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen oder vielleicht sogar zwei. Die meisten Menschen, also vedische Astrologie, Jyotish, haben wahrscheinlich die wenigsten gehört schon mal. Die klassisch, nennen wir sie mal westliche Astrologie, kennen einige. Die meisten kennen ihr Sternzeichen, vielleicht auch noch ihren Aszendenten. Magst du mal deine Reise generell zur Astrologie und dann vielleicht auch, wie du zu Jyotish gekommen bist, zur vedischen Astrologie? Ja, das ist eigentlich ziemlich schnell erzählt, weil das war auch ein sehr schneller Prozess bis zum Alter von 25, würde ich sagen. Ende 20 war ich großer Spötter von Astrologie. Ich habe Astrologie nicht ernst genommen. Ich habe viel darüber gelesen und gehört, so diese kurzen Abrisse, die man in irgendwelchen Zeitschriften im Wartezimmer eines Hausarztes zum Beispiel liest. Ich habe immer nur gedacht, also Leute, müsst ihr bekloppt sein, sowas zu glauben. Und irgendein Vertrauen zu schenken, das ist doch sowas von willkürlich. Außerdem klingen diese ganzen Interpretationen wie an den Haaren herbeigezogen und könnten wahrscheinlich auf jeden passen. Und dann wurde ich im Laufe meines Studiums eines Abends mal eingeladen auf eine Party. Ich kannte da niemanden, frisch verliebt und wurde da mitgenommen in eine völlig fremde WG. Und da lehnte ein junger Mann an der Wand, ganz lässig mit seinem Weinglas. Und er war offensichtlich Inder, er war halb Inder. Und er fragte mich so, wie das unter Studenten so ist und was studierst du so? Und dann habe ich gesagt, ich studiere Jura, aber es macht nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ich mache lieber extrem Sport und ich höre exzessiv Musik. Und dann sagte er mir auf dem Kopf so, ja, dann bist du Sternzeichen Fische. Und ich sagte, bitte, 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 weil er hatte nämlich recht. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich dachte, also, wenn man an so einer oberflächlichen Antwort treffsicher das Sternzeichen bestimmen kann, dann kann das nicht nur ausschließlich Wischiwaschi sein. Jetzt war er zufällig auch noch ein sehr, sehr guter und fleißiger Student im Fachgebiet Psychologie und hat mir dann erzählt, dass er als Therapeut sich zum Anspruch gesetzt hat, Astrologie mit einfließen zu lassen in seine therapeutische Arbeit. Und das natürlich durch seinen indischen Hintergrund, Astrologie in seiner Familie immer eine große Rolle gespielt hat. Und dann dachte ich, das ist mein Mann. Von dem lässt du dir jetzt mal eine gute Bücherliste empfehlen, wo du jetzt wirklich nicht mal nur irgendwelche Sternzeichen und Charakteristika, Geklapper abliest, sondern was mich vor allem interessiert hat, wie kommt ein Astrologe zu seinem Gesamtbild? Also Astrologie ist ja nicht nur irgendein Sternzeichen, das ist ja nur eines von zwölf Aspekten im Tierkreis, sondern da muss ja mehr dazugehören. Aszendent und die verschiedenen Planeten, die eine Rolle spielen, die müssen ja alle irgendwie sinnvoll zusammengefügt sein, damit man ein rundes Bild von einer Person bekommt. Und dann habe ich, ich glaube, mir innerhalb von zwei Tagen all diese Bücher gekauft und war ab dann nicht mehr gesehen auf dem Campus im Fachbereich Jura. Ich bekam dann noch ein Wochen später einen Anruf von einem Kumpel, der meinte, sag mal, lebst du noch in Trier oder bist du schon weggezogen? Da habe ich gesagt, doch, doch, ich lebe schon hier, aber du, ich habe ein total faszinierendes Thema entdeckt und ich komme nicht mehr weg von diesem Bücher und es ist so spannend. Und dann wurde ich nach und nach unter der Anleitung von dieser Bekanntschaft, der war ein ziemlich guter Lehrer auch für die ersten Jahre, habe ich mir das so zum, erst mal zum großen Teil selber beigebracht und habe ihm dann immer wieder meine Arbeiten vorgelegt zu irgendwelchen Expertisen. Also ich habe mir dann Leute gesucht, die sich bereit erklärt haben, mir da mal zuzuhören, was Astrologie über die aussagt und habe dann schön fleißig ausgearbeitet, habe ihm das vorgelegt zur Kontrolle und er hat dann auch immer wieder so korrigierend gesagt, das würde ich so nicht formulieren, weil schau mal so und so und das liegt doch eher so und so. Ah ja, stimmt, hast recht. Dann muss ich mal das anders formulieren. Und dann wurde ich dann fließend so in dieses Astrologen-Berufsleben zehn Jahre später oder acht Jahre später entlassen. Ich hatte das damals noch nicht so, hatte nicht vor, Astrologe zu werden, nicht wirklich. Aber ich habe dann ein paar Jahre astrologisch beraten und es lief erstaunlich gut, ich hatte dafür offensichtlich ein gutes Händchen und dann plötzlich kam es aber dazu, dass die Leute wieder zurückkamen zu mir. Also das heißt, die riefen ein Jahr oder zwei Jahre später an und meinten dann, oh, sie hatten recht, sie hatten das damals so und so formuliert und genau das ist auch eingetroffen. Und dann saß ich da, oh, jetzt stehst du aber in der Verantwortung. Jetzt hast du mal nicht nur irgendwas rausgehauen, sondern jetzt musst du das auch noch vertreten. Und dann habe ich mich dann hingesetzt und habe versucht, bei diesen entsprechenden Klienten mal die Uhr in dem Programm zurückzustellen und mir zu überlegen, wie kamst du eigentlich damals drauf, das und das zu sagen. Das waren ja, das waren schon Transite, die ich herangezogen habe für die entsprechenden Deutungen, aber ich hatte kein solides und vernünftiges, stabiles Regelwerk, nachdem ich auch zwei Jahre später dann rückblickend hätte sagen können, ja, das habe ich dir damals aufgrund der und der und der Tatsachen gesagt. Und dann wurde ich immer aktiver in einem riesigen Internetforum, Astrologix hieß das, war sehr wertvoll zu der Zeit, war so noch nicht so weit fortentwickelt, das Internet wie heute. Das Forum gibt es leider nicht mehr. Und da konnte man sich in einem, in verschiedenen Foren zu verschiedenen Formen von Astrologien fachlich austauschen mit anderen Astrologen. Und vieles von dem, was ich da zu lesen bekam, war für mich auch eine fremde Welt. Die waren da sehr, sehr spezialisiert, hoch spezialisiert. Und in einem Forum hieß die große Überschrift Siderische Astrologie slash Indische Astrologie. Und ich wusste, ich habe da ein paar Artikel durchgelesen, habe nur Bahnhof verstanden. Und war aber immer wieder mit einem sehr kompetenten Mann in einem Chat unterwegs. Und der hat mir sehr vieles, hat mich eintauchen lassen in diese Welt, ganz ohne Intention, ohne mich da jetzt irgendwie aufs Glatteis führen zu wollen. Und irgendwann fragte er mich dann, was machst du eigentlich für eine Astrologie? Was ist denn eigentlich dein Handwerk? Und ich habe auch zurückgefragt, wie meinst du, was für eine Astrologie? Astrologie halt. Ja, tropische, siderische, griechische, persische, indische, was machst du genau? Und dann wusste ich erst mal keine Antwort. Und dann hat der mich dann langsam zu diesen Tatsachen hingeführt, wie es tatsächlich am Himmel aussieht. Hat nämlich mit unserer chaldäischen, persischen oder griechischen Astrologie heute nichts mehr zu tun. Das, was du über dein Sternzeichen sagst, oder was die Menschen so landläufig über ihr Sternzeichen sagen, stimmt so zwei Drittel, nicht mehr, seit 2000 Jahren nicht mehr. Aber keiner macht sich die Mühe, mal auf die NASA-Seite zu gehen und seinen Geburtstag mal zu überprüfen, wo standen denn da die Planeten eigentlich wirklich? Stimmt das so? Bin ich denn wirklich Zwillinge, wenn ich dann und dann geboren bin? Oder wo stand die Sonne? Die Sonne gibt Ausdruck über das Sternzeichen. Und ja, wenn die Leute sich die Mühe machen würden und nicht nur einfach die bunte aufschlagen oder die neue Post, wo dann drinsteht, von wann bis wann welches Sternzeichen wem zugeordnet ist, dann wären die sehr viel schneller an dem Punkt, dass sie sagen, nee, Siderisch ist zumindest zu 99% genauer an den Tatsachen, die am Himmel stattfinden. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung von A bis Z an der Astro-Wedik-Akademie. Ich möchte es nochmal, habe mich immer noch für jung genug gehalten, um mir viel merken zu können. Es war auch eine gute Entscheidung. Habe meine westlich-astrologische Praxis für erst mal zwei oder drei Jahre geschlossen gehalten, habe gar nichts mehr gemacht in westlicher Astrologie und habe dann die Ausbildung von A bis Z nochmal mit verschiedenen Prüfungsabschlüssen, mündlich, schriftlich. Und ja, jetzt willst du wahrscheinlich wissen, was der Unterschied ist? Nö, jetzt will ich erst mal wissen, ob du dein Jurastudium an den Nagel gehangen hast oder ob du das auch gemacht hast. Ich dachte mir damals so ganz clever, warum soll ich eigentlich den Rest meines Lebens da mit verbringen für andere Leute, die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen? Die kommen ja dann nur mit Problemen zu einem in die Kanzlei und wollen nur ihren Ehre loswerden und dann irgendwie ihren großen Streit durchziehen. Und heute mache ich aber auf völlig anderer Ebene eigentlich genau das Gleiche. Die Leute kommen immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wollen eine gute Begründung beziehungsweise, ja, im besten Fall wissen, wie komme ich da wieder raus aus dem Schlamassel. Und das heißt, der Inder, den du da auf der Party kennengelernt hast, der hat erstmal unsere klassische westliche Astrologie dir schmackert gemacht. Das war ein westlicher Astrologe und der hat unsere sogenannte tropische Astrologie betrieben. Und das hat sozusagen mit Jyotish nicht viel gemeint. Jyotish war der Ursprung. Also da ist man sich, da gibt es nicht viel zu deuteln. In Indien hat diese Form der traditionellen Astrologie tagtäglich millionenfach wird die praktiziert. Das ist das perfekte Gebiet für Feldforschung für jeden Astrologen und hat dann irgendwann, man sagt zur Zeit von Alexander des Großen, der war sehr neugierig, sehr interessiert, versucht diesen Kulturimport hinzukriegen von Ost nach West. Und auf dem Weg über den nahen Orient, Persien, dann Griechenland bis zu den Römern hat sich schon vieles verloren. Und mit dem Aufkommen des Christentums wurde Astrologie ja dann als Ketzerei abgetan und verboten, offiziell. Das letzte und wichtigste Standardwerk westlicher Astrologie, das ist das Werk, das Buch Tetrabiblios von Ptolemäus, heißt der alte Herr, der alte Grieche, das lagert unter Verschluss im Vatikan. Und wir können uns vorstellen, warum. Und damit hatten sich natürlich viele, viele Spuren und sehr, sehr wertvolle Werkzeuge verloren und verschlissen. Die waren auf der Strecke geblieben, die wurden nicht übermittelt, nicht tradiert. Die hatten hier im Westen wenig Verwendung und auch keine Tradition. Und die werden erst in den letzten 50 bis 100 Jahren erst wiederentdeckt. Zum Beispiel die Betrachtung der Fixsterne, die so weit hinter dem Zodiak liegen, dass diese Erdachsenrotation keine Auswirkung hat. Das heißt, der Planet, der vor 2000 Jahren an dem Punkt stand, steht auch heute noch da, weil dieser Fixstern so weit weg ist, dass die Erdachsenmittelpunktrotation keine Auswirkung hat. Und wir, viele kennen ja vielleicht jetzt so chinesische Sternzeichen noch, Ratte, Trache, Schlange, was es bei uns nicht gibt. Wie sieht das in der vedischen Astrologie aus? Sind das die gleichen wie bei uns oder gibt es da auch andere? Nee, da gibt es nicht andere. Da gibt es natürlich, es gibt ja nur ein Zodiak. Es gibt ja nur ein Band, das ist ja das unsichtbare Band, das sich um die, wenn du den Himmelsequator in die Ferne projizierst, gedacht, dann ist der Zodiak, der von Witter anfängt und dann einmal reihum geht über das Jahr bis und in den Fischen dann wieder endet, den gibt es ja nur ein einziges Mal. Da können die sich ja nicht groß abspalten. Und das sind so neun Grad vom Erdäquator, der auch wiederum in den Raum projiziert ist. Auf diesem Band wandern alle neun Planeten, die in der Astrologie verwendet werden. Aber wenn ich an dem Punkt natürlich Schluss mache, dann habe ich über die Entfernung in den Raum hinein nichts ausgesagt. Suche ich mir aber einen Punkt, der 300 Lichtjahre weit entfernt liegt, dann habe ich keine Veränderung mehr plötzlich dieser Planetenposition. Aber wenn ich heute im Februar, oder sagen wir mal am 21. März in den Himmelschau, steht die Sonne seit 2000 Jahren nicht mehr im Witter. Und die westliche Astrologie sagt bis heute noch, da beginnt das Sternzeichen Witter. Okay, also wenn ich jetzt, also machen wir es mal ein bisschen konkreter. Ich bin jetzt im April, 25. April geboren, bin ich hier bei uns Stier, ja, im Sonnenzeichen. Ja. Was bedeutet das jetzt übersetzt auf die vedische Astrologie? Dass ich um auf deine Sonnen, auf die Position deines Sonnenstandes, 24,5 Grad in deinem Jahrgang etwa abziehen muss, um auf die wahre Sonnenposition zu gelangen, die sich an dem Tag im Augenblick deiner Geburt am Himmel abgebildet hat. Und das heißt, die Sonne fällt zurück in den Witter. Also dann bin ich nach vedischer Astrologie Witter. Oder was hast du gerade gesagt, Stier oder Zwillinge? Genau, also ich bin jetzt hier bei uns ganz klassisch Stier, Aszendent, Krebs. Ja, also und wenn du sagst, du bist Stier, dann drückst du damit aus, dass zum Zeitpunkt deiner Geburt die Sonne als Planet aus Sicht der Erde gegen den Zodian betrachtet, im Tierkreiszeichen Stier stand. Und davon muss ich aber 25, 24,5 Grad abziehen und dann lande ich auf der Position, wo sie wirklich stand. Und das ist dann im Witter. Das ist dann im Witter. Aber davon war in der Palmblattlesung auch nichts zu hören, oder? Das war dort, was soll ich sagen? Nee, nee, nee. Die Palmblattleser, die Inder geben auf den Sonnenstand sowieso nicht so viel, weil der auch gar nicht so aussagekräftig ist. Das hat mich dann später auch gewundert, warum reitet die westliche Astrologie so sehr auf diesem Sonnenstand herum? Zumindest die Populär-Astrologie. Die meisten Leute kennen nur die fünf Eigenschaften ihres Sternzeichens. Ich bin toll, ich bin super, ich bin Stier, ich bin potent und ich bin, was weiß ich, intelligent. Und ich fahre gerne Auto. Herdenwesen. Also was bei mir beim Stier immer hängen geblieben ist, ist so das Gefühl für die Herde, für die Gruppe. Ich bin so ein Gruppenwesen. Aber wenn ich das jetzt sozusagen meine Gradzahl da abziehe, dann bin ich schon auf einmal kein Stier mehr. Und passt es denn jetzt überhaupt noch? Oder ist es dann völliger Quatsch, was eigentlich in der Interpretation des Stieres vorhanden ist oder in des Krebses? Das passt dann, wenn du aufhörst, diesen Sonnenstand, also deinen Sternzeichen mit bestimmten Charakteristika in Verbindung zu bringen. Also wenn du dein Sternzeichen nicht auf das reduzierst, was auf einer Kaffeetasse Platz findet. Wenn dir nämlich klar ist, dass die Sonne als Planet im Zodiak Ausdruck gibt über die Fragen Ego und Selbstwertgefühl, Vitalität und Gesundheit, die Rolle des Vaters im Leben und die Beziehung zum Vater und dadurch in der Folge und Konsequenz die Rolle und Beziehung zu Autoritäten, wie zum Beispiel dem Staat und deinem rechten Auge. Weil das alles sogenannte Karakadwas für die Sonne sind. Und wenn du da aufhörst und sagst, über diese Fragen oder Themen gibt mir die Sonne Auskunft und dann ist aber gut, mehr hat sie nicht zu sagen, mehr drückt sie nicht aus. Von diesen Karakadwas gibt es 50 oder 60 Stück. Aber über andere Themen macht die Sonne keine Aussage. Es lohnt sich gar nicht, die zu untersuchen. Wenn ich Ausdruck finden will über Beziehungsdynamik, über das Verhältnis zur Mutter statt zum Vater, über das Verhältnis zu den Geschwistern, dann muss ich an ganz andere Ecken im Horoskop schauen, um einen Ausdruck über dein Leben zu erfassen. Und da interessiert mich die Sonne in dem Moment überhaupt nicht. Also ich habe mir jetzt schon einige astrologische Beratungen geben lassen und ich stelle mir jetzt gerade die ganzen Astrologen da vor, wie sie, was würden die dir denn jetzt entgegnen? Wissen die das alle nicht? Übersehen die das? Oder warum halten wir dann weiterhin an dieser Form der Astrologie so sehr fest? Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch tagtäglich, morgens unter der Dusche. Wie kann es sein, dass wir nicht Herrscharen von indischen Astrologen haben? Das Konzept indischer Astrologie ist sehr streng reguliert im Sinne von, es gibt einen Haufen sehr, sehr starrer und fixer Regeln. Das passt der esoterischen Gemeinde oder sehr esoterisch orientierten Leuten nicht so sehr. Die mögen es gerne geschmeidig und möchten gerne hier noch ein bisschen hinbiegen und da noch ein bisschen zurechtfallen. Das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist es wirklich schwer, gute Lehre zu finden. Entweder sind die Ausbildungen wahnsinnig teuer und sehr aufwendig oder aber sie sind sehr lückenhaft und sehr dünn in ihrem Fundament. Und diese Form von Astrologie entstammt halt letzten Endes aus dem Hinduismus oder dessen, was heute als Hinduismus bezeichnet wird, der stammt, jodisch entstammt den Veden, den klassischen vedischen Texten, wurde später dann in den Vedangas genauer beschrieben und dann in Shastras und Sutras abgefasst. Und das ist für viele Menschen befremdlich. Wenn die lesen, ein Mond, der nicht von zwei Planeten in benachbarten Häusern flankiert ist, bringt das und das Ergebnis. Der Mensch wird, obwohl er reich geboren ist, in Armut seinen Lebensabend verbringen. Er wird an Freunden mangeln und an Kontakten, sozialen Kontakten und er wird sehr depressiv werden und einsam sterben. Sowas liest keiner gerne, der Astrologe wird, weil er nicht versteht, dass das eine unter 50.000 Regeln ist und dass ich am Schluss meiner Ausbildung oder wenn ich ein kompetenter Astrologe bin, all diese einzelnen Slokas zusammenfügen muss zu einem guten Gesamtbild. Aber ein Kematoma-Mod macht noch keinen einsamen Lebensabend. Und davor sträuben sich viele. Dieses stupide Regellernen, diese vielen befremdlichen Sanskrit-Begriffe und die strenge indische Logik, weil die Inder sind unfassbar logisch und sehr stringent, aber kommen nur auf dem Wege zu guten Ergebnissen ihrer Deutung. Na ja, sagen wir mal, neben diesen strengen Regeln hin und her, hast du ja vorhin gesagt, okay, warum macht sich niemand die Mühe, mal bei der NASA oder wo auch immer nachzugucken, wie stehen die Planeten denn wirklich, wirklich? Macht sich da wirklich einfach niemand die Mühe oder wird das dann an der Stelle übersehen? Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass sozusagen die ganze astrologische Gemeinde hier, dass da noch niemand wirklich auf die Idee gekommen ist, wenn das stimmt, was du sagst, sich das mal ein Stück genauer anzugucken, wie es da wirklich da oben aussieht. Also der Erklärschritt, warum Astrologie überhaupt funktioniert, ist Schritt 1, dass die dir sagen, die Zeiger an einer Uhr machen nicht die Zeit, sie zeigen die Zeit nur an. Also das, was am Himmel stattfindet, ist nur ein Gleichnis dessen, was hier für dich abgemäß deines Horoskopes auf dieser Erde stattfindet. Und der Denkschritt 3 ist, ja, aber es hat ja mal gestimmt und es war ja irgendwann mal so, dass die Erdmittelpunkt-Axte am 21. April mit der Frühlingssonnenwende tatsächlich auf 0 Grad wieder stand und an diesem Tag tatsächlich die Sonne in 0 Grad wieder eingewandert ist und damit das astrologische Jahr begonnen hat. Das heißt, wenn das mal galt, dann wird das analog auch heute noch symbolhaft gelten. Und dann tun wir einfach so, als ob. Dem meisten ist es ja auch völlig wurscht. Den meisten astrologischen Durchschnittsklienten interessiert das astrologische Fachjargon eigentlich auch gar nicht. Die wollen nur Ergebnisse. Die wollen Prognosen, Beschreibungen, Ergebnisse, fertig. Die kommen ja nicht zu mir, um Astrologie zu lernen. Und denen ist es Schnuppe, ob die Sonne jetzt dann wirklich im Wetter stand oder ob sie vielleicht in den Fischen stand. Denen ist aber auch nicht klar, dass das ein großer Unterschied ist. Bevor wir uns gleich vielleicht noch mal so ein bisschen vergleichmäßig anschauen, was steht in dem einen, was steht in dem anderen drin, noch mal in das Mysterium Astrologie generell rein. Wie kann eine Planetenkonstellation Aussagen über meine individuelle Persönlichkeit respektive Zukunft treffen? Wie kann eine Regie, der vor 5000 Jahren dein Palmblatt geschrieben hat, deine Lebenssachumstände von heuer genau getroffen haben? Wir wissen es nicht. Der menschliche linkshemisphärische Verstand ist dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Und ich habe aufgehört. Ich habe auch viele, viele Jahre mit dem Kopf darüber zerbrochen. Und für mich, ich bin wie viele Astrologen sehr pragmatisch orientiert. Es dient ja meinem Lebensunterhalt. Das heißt, solange das Konzept funktioniert und ich damit gute Readings machen kann, habe ich aufgehört, diese Fragen zu stellen. Es ist übermitteltes uraltes Wissen und es wurde irgendwann mal im uralten Indien vor Jahrtausenden definiert und niedergeschrieben. Du kannst jetzt hergehen und sagen, das war Beobachtungsgabe über lange Zeit, viele Generationen, hunderte, tausende von Jahren haben die Leute sich die Mühe gemacht, den Himmel zu beobachten, haben verglichen, was passiert, wenn die und die Konstellation am Himmel so und so stattfindet, warum haben wir dann hier einen Krieg? Wir definieren das jetzt einfach so. Der Mars im Wetter, der macht nur Unsinn und Ärger, also wird es Krieg geben. Wenn man das so als Beobachtungs- oder Erfahrungswissenschaft definieren will, dann haben sich darüber die Regeln ergeben oder wurden notiert und gesammelt und wurden irgendwann mal ein Fundus an Regelwerk. Oder aber, wie die Inder sagen, es ist letzten Endes eine kosmische Wissenschaft, die gehen sogar so weit und sagen, das Jyotisch heißt übersetzt, nicht nur Wissenschaft des Lichts, also Licht ins Dunkel bringen zu können, sondern wird als das Auge der Vedas bezeichnet. Mit dem Hinweis, wer Jyotisch nicht beherrscht, der wird die Vedas und das letztendliche Fundament von allem, was die uns da damals mitgeben wollten, in diesen Lehren nie durchdringen können. Das heißt, du hast die Veden auch studiert? Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, alleine für ein Sanskrit-Studium investierst du auch schon mal wieder acht Jahre. Dann bin ich jetzt gar nicht so philosophisch orientiert, sondern eher pragmatisch orientiert. Ich möchte, ich wollte immer ein funktionierendes, probates astrologisches System, mit dem ich gut arbeiten kann, mit dem ich in der Lage bin, einen Menschen gut zu beschreiben und vor allem auch seine Zukunft ganz gut passabel vorherzusagen. Damit tun sich westliche Astrologen auch häufig sehr schwer. Das galt im Westen lange Zeit als beruflicher Kunstfehler, die Zukunft vorherzusagen als Astrologe, wo man sich heute fragt, ja, wozu soll es denn am Beruf denn geben? Das kann sich ja nicht darin erschöpfen, einem 30-Jährigen, dann einem 40-Jährigen, dann 50- und einer 60-Jährigen dann ihr Wesen, ihren Charakter zu beschreiben. Dieses Jahr wird ja langatmig. Sondern die Leute kommen ja zum Astrologen, weil sie konkrete Fragen haben und wissen, was passiert übernächstes Jahr oder wo stehe ich in zehn Jahren und was ist jetzt mit dem Kind? Wird das oder wird das nichts? Oder soll ich mir ein Haus kaufen und die Firma jetzt gründen oder soll ich lieber noch zwei Jahre warten? Das sind die entscheidenden Fragen, warum die kommen. Dann brauche ich auch ein gutes Regelsystem, was mir eine Antwort liefert. Jetzt habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, dass du mein Palmblatt übersetzt hast. Das heißt, du hast auch einen engen Bezug zu den Palmblatt-Bibliotheken, Palmblatt-Lesungen. Wie ist denn da der Brückenschlag entstanden, dass du sozusagen mit Jyotish auch mit den Palmblättern zu tun hast? Also das entstammt ja beides der gleichen Zeit, dieser vedischen Zeit. Auch Jyotish ist genauso wie Nadi Astrology, so werden ja die Palmblätter bezeichnet, entstammt ebenfalls von den Rishis, wurde ebenfalls so übermittelt. Und die Idee war, das gesamte astrologische Know-how, was ich über die 20 Jahre Berufspraxis mitbekommen habe, in diesen Palmblatt-Übersetzungen eben sinnhaft einzusetzen. Nicht einfach nur nachzureden, was die da sagen, weil das häufig für uns sehr schwierig in den vernünftigen, brauchbaren Kontext zu rücken ist, sondern zeitgemäß auf unsere westliche Kultur so umzulegen, dass wir mit einer Palmblattlesung auch wirklich vernünftig arbeiten können. Es bringt dir wenig, wenn du von dem Segen der Göttinnen und der Götter und der Rishis und der und der und der und der redest und dann sitzt aber da einer, der ist gar nicht zu Hause im Glauben. Dem brauchst du davon nichts erzählen, dann musst du eine ganz andere Wortwahl wählen. Wenn du das einfach nur nachredest, dann hast du natürlich einen Inder am Schlawittchen, aber den Westler deswegen noch lange nicht. Der haut dir ab, geistig, der macht dich. Was war zuerst in deinem Leben? Jyotisch oder die Palmblätter? Jyotisch. Jyotisch. Und konntest du anhand deines Jyotisch-Horoskopes schon sehen, dass die Palmblätter in dein Leben kommen werden? Es war umgekehrt. Ich war im Rahmen unserer Ausbildung einmal in Indien und hatte tatsächlich mir endlich eine Lesung erfolgreich dann bis dahin besorgt, die auch nur über den Daumenabdruck lief und dieser Palmblätleser meinte damals, du wirst eines Tages noch sehr intensiv mit Palmblättern arbeiten und da dachte ich, also unglaublich, nie und nimmer, das interessiert mich, also ich will weder diese Sprache lernen, noch möchte ich, das war alles ganz weit weg und dann acht, neun, zehn Jahre später kam dann der Stefan mit um die Ecke, Stefan Österreicher, der dann meinte, hättest du Lust, fachbezogene, Übersetzungen zu begleiten bei den Palmblätlesungen und dann habe ich mich erinnert, Mensch, das hat er doch damals gesehen, war unglaublich und das Nächste, was er sagte am Schluss der Lesung zu mir, ja, wir können, wir können bilde Reisegruppen, macht das wie euer Ritter da, euer Thomas Ritter, der ist ja bekannt in Deutschland, pack immer 20 Leute in ein Flugzeug, komm hierher und kriegst Provisionen. Da dachte ich, ne, das werde ich ganz sicher nicht tun, für sowas fehlt mir die Zeit und da habe ich auch gar keine Lust drauf und ja, dann lag dieser Gedanke auf dieser Audio-CD halt zehn Jahre in der Schublade. Und jetzt bist du Palmblatt-Übersetzer und Jotich-Analyst. Ja, Analyst, genau, Astroge und Ausbilder. Ich habe jetzt seit zwei, zwei, dreiviertel Jahren, fast drei Jahren, habe ich die Dira-Akademie übernommen, von meiner Ausbilderin abgegeben bekommen und bilde auch selber aus. Wenn wir uns da, wenn wir uns da jetzt nochmal reintunen, was unterscheidet denn nun nochmal das westliche Horoskop, wo vielleicht jemand das und das erfährt, wie ist das mit der Liebe, was ist da zur Jotich, zur Vedischen Astrologie, was, was liest du anders raus oder vielleicht Spezifischeres? Oder kommt ihr auf dasselbe Ergebnis, nur in anderen Worten? Naja, es gibt ja nur einen Lebenslauf, ein Mensch hat ja nur einen Lebenslauf. Ich denke mir auch immer so, und das höre ich ja auch allen Teilen von Berufskollegen, es gibt schon gute westliche Astrologen, die kommen auch mit dem tropischen Tierkreis zu sehr, sehr brauchbaren Ergebnissen. Die relative Position von zwei Planeten ändert sich ja deswegen auch nicht. Wenn ich sage, du bist zu einer Vollmond-Konstellation geboren worden, das heißt, Sonne und Mond standen sich gegenüber, sonst wäre der Mond ja nicht voll gewesen, dann ist es im westlichen Horoskop genau das gleiche wie im indischen Horoskop. Und so gilt es für alle Faktoren, die Winkelverhältnisse zueinander sind immer gleich. Das heißt, im Ergebnis müssen auch beide, wenn sie gut sind, beide Astrologen zum gleichen Ergebnis kommen. Egal, welche Astrologie sich bedienen. Du wirst am Ende als Klient immer Ja sagen müssen, weil wenn Astrologie funktioniert, und meiner Erfahrung nach tut sie das, dann wirst du nicht Nein sagen können. Jetzt nehme ich noch mal den Brückenschlag zu den Palmblättern und der spannenden philosophischen Frage nach dem freien Willen. In den Palmblättern wird gesagt, okay, ist auf Palmblätter geschrieben, aber nicht in Stein gemeißelt. Jetzt haben wir die Konstellation, inwiefern ist unser Horoskop und unser Lebensweg in Stein gemeißelt, auf Blätter geschrieben oder in Sternen veranschaulicht? Ja, das ist eine sehr, sehr spannend, eine der spannendsten Fragen überhaupt in diesem gesamten Kosmos, egal welche metaphysische Anschauung mal oder Perspektive mal einnimmt. Und wir haben im Rahmen eines sehr, sehr spannenden Astrologie-Seminars in Indien vor Ort einen Astrologen gefragt, der ist 91 mittlerweile, Berufsastrologe in dritter Generation in seiner Familie. Und als wir die Frage gestellt haben, wie viel von dem, was wir hier auf diesen Horoskop-Analysen ablesen können, ist denn nur fix und vorgestimmt? Quasi, es muss so sein und kann nicht anders sein als so, weil es eben nun mal so ist und wie viel haben wir freien Willen? Und dann hat er gegrinst und hat gesagt, was hättest du denn gern, die westliche Antwort oder die indische Antwort? Ich hätte gern beide. Ja, das haben wir auch gesagt. Genau das hat er auch gesagt. Und dann meinte er, ja gut, ich meine, eure Branche von Lebensratgebern und Beratern und irgendwelchen Wegweisern, und die lebt ja ganz lebendig bei euch, wahrscheinlich würde man die Quote bei euch im Westen so auf 60, 40 festlegen, 70, 30 vielleicht. Welche Quote? Von welcher Quote reden wir? Also fix, westliche Sicht, westliche Perspektive, 60 Prozent bis 70 Prozent fix vorgegeben, so und nicht anders und 30 bis 40 Prozent freier Wille. Und die indische Antwort ist halt 97 Prozent fix, drei Prozent freier Wille, der freie Wille ist eingebildet. Guten Abend. Also der, es gibt einen sehr spannenden Sloka, der heißt Bhutti Kama Anusarani. Bhutti sind die Geisttätigkeiten, das ist unsere geistige Vorstellungswelt und übersetzt heißt der, heißt es so viel, der Verstand und die Entscheidungen des Verstandes folgen den Gesetzen des Kamers. Das heißt, du glaubst, deinen freien Willen zu betätigen, eine freie Entscheidung zu treffen und am Ende kommt genau das raus, was hat sein müssen und nicht anders kaum hätte kommen können. Jetzt stelle ich einfach mal die ketzerische Frage, du liest mir mein Horoskop und da steht drin, morgen wirst du einen Apfel pflücken und ich sage, ich werde morgen das Haus nicht verlassen. Wie wird das miteinander funktionieren? Oder wird es gar nicht so konkret, du wirst am 6. Oktober einen Apfel pflücken? Sollte ich dir erzählen, dass du dir einen Apfel pflückst? Was ist das für eine Aussage? du wirst nächstes Jahr Vater werden. Und ich werde sagen, okay, ich werde alles dafür tun, nächstes Jahr enthaltsam zu leben, nur um diesem komischen Horoskop zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Dann würde jetzt mein westlicher Verstand sagen, naja gut, dann ist das schon die Vorhersage gewesen, mir wird jemand was sagen, damit ich dann enthaltsam lebe. Weißt du, wie ich das meine? Das könnte man so rum aufwickeln, das ist eine spannende Betrachtungsweise und ich würde jetzt auch nicht behaupten, Kinder fallen durch den Schornstein. Wenn du dich entscheidest, bis dahin abstinent zu leben, dann wirst du nicht Vater werden, ganz einzig. Unabhängig davon, was du gesagt hast. Ich wüsste aber auch nicht, warum ich dir sagen sollte, dass du nächstes Jahr Vater wirst. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die würde ich nur dann treffen, wenn du jetzt sagst, wir streben eine Elternschaft an, wir tun alles, um Vater und Mutter zu werden, wann habe ich ein gutes Zeitfenster, wo das sehr wahrscheinlich ist. Und dann würde ich sagen, Vollgas, denn ihr habt nächstes Jahr im Juni sehr, sehr gute Daten und da wird es wahrscheinlich passieren. Ja, und im Endeffekt beantworte ich mir die Frage auch gerade selber, weil ich habe auch viel mit Hypnose zu tun gehabt und wenn jemand sagt, ich will nicht hypnotisiert werden, dann wirst du auch nicht hypnotisiert wirklich, also du kannst immer alles irgendwie dagegen tun, aber jemand, der in so eine Beratung kommt, der möchte ja auch etwas wissen, etwas zu widerlegen, geht vielleicht, aber die Frage ist, kommt der dann überhaupt, oder wird er sich überhaupt dieses Video hier anschauen. Wird er nicht tun. Ja, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und wie würdest du trotzdem jetzt nochmal, ich gehe jetzt mal auf die ganz, ganz Einstiegsfrage zurück, diesen Brückenschlag mit den Palmblättern machen, also steht im Endeffekt übersetzt auf den Palmblättern etwas ähnliches, was du herausfindest oder was ergänzt sich das oder wie würdest du diese beiden Lesungen zusammenführen. Ja, ja, am Schluss, wie gesagt, spielt Astrologie eine ganz, ganz große Rolle bei den Palmblättern und nehmen wir mal an, es gibt ein Symbol auf diesen Palmblättern, das verwenden wir auch in der Astrologie und das heißt Gajakesari-Yoga, das ist, wenn Mond und Jupiter im Moroskop in Eckhäusern voneinander stehen. Die Interpretation und Deutung von diesem Yoga lautet, der Geborene wird reich behangen mit Edelsteinen und einem bunt bemalten Elefanten und bunten Tüchern tragend viel aufreißend sein. Wenn du das in ein mikroskopisch kleines Symbol umwandelst, hast du eine ganze Geschichte, die steht auf dem Palmblatt drauf, aber das, was der Palmblatt leser, der sagt das auch so, Gajakesari und der andere, der das hört, der sagt, okay, du stehst in Lohn und Brot, du verdienst mehr, als du wirklich brauchst, das heißt, du hast auch Gelegenheit, dir was wegzusparen und beiseite zu legen, zudem besitzt du Eigentum und bist mit dem, was du an Einkommen verdienst, sehr zufrieden. Das alles ist in diesem mini-kleinen Symbol ausgedrückt und insofern kommt auch diese gesamte Lebensgeschichte in detaillierter Ausprägung auf dieses kleine Palmblatt drauf, wirklich symbolhafte Schrift, die sehr poetisch ist und für die dann tatsächlich, so wie der Stefan das auch gesagt hat, für den Leser dann in dem Moment sich ein ganzer Kosmos öffnet, weil das eben das und das bedeuten muss, das kann nicht heißen, dass du von einem Gerichtsverfahren wegen Insolvenz zum anderen reinschlitterst, ständig nur Schulden hast, weil dann wird da nicht Und was benötigst du? Du benötigst keinen Daumenabdruck, bei dir ist es dann ganz klassisch das Datum und die Geburtszeit und der Ort, also wie die klassische Astrologie das auch tut. Ja, klar, weil nach dem Ort sich der eben umgerechnet in die Sternenzeit, dann in die Weltzeit eben das Tierkreiszeichen ergibt, das am Ostfirmament aufging im Augenblick der Geburt und das ist der Aszendent. Und am Aszendent entrollt sich die objektivierbare Wirklichkeit des Menschen. Und dann fängst du an, das am Reißbrett zu berechnen oder gibt es dann auch Programme, die dir das dann alles ausspucken oder wie tust du das? Also ich bekomme insgesamt sechs Seitendaten, wenn ich deine Geburtsdaten eingebe, ich bekomme einen Haufen Unterhoroskope, ich bekomme seitenweise Tabellen und Zahlen ausgespuckt und ich muss diese ganzen Daten dann in ein sinnvolles Bild verpacken, das dich ausreichend gut beschreibt und über das ich mir vor allem ein Bild mache, wie wird das hier ab jetzt weitergehen? Ich habe einen Anamnesebogen von dir, das heißt, ich habe vorneweg ein paar Angaben, verhält es zu den Eltern, verhält es zu den Geschwistern, Vermögenstand, gute und schlechte Phasen im Leben, das ist nämlich auch sehr wichtig zu wissen, in welchen Auslösungsphasen der Planeten hat der Mensch wirklich nur Schrott erlebt und ist durch tiefste Täler durchwandert, dann weiß ich schon mal, dieser nördliche Mondknoten, der macht diesen Menschen großen Ärger, der ist beispielsweise immer wieder für Erkrankungen verantwortlich in den und den Lebensabschnitten, dann weiß ich schon mal, den muss ich genau untersuchen und mit Vorsicht genießen, weil für den Brauche ich mir schon mal keine gute Prognose, Statistik auszumalen für die Zukunft, also muss ich diese Phasen meiden, wenn ich irgendwelche Empfehlungen geben möchte. Und dann kommt der Klient entweder hier über Zoom oder er sitzt hier an meinem Schreibtisch und dann geht es los. Und das machst du, also kann man dann sozusagen ähnlich wie den Palmenblättern sagen, okay, da ist die Gefahr für Krebs in dem und dem Stadium gegeben oder eines Unfalls, siehst du das dann schon so auch oder? Ja, da haben wir ganz eindeutige Faktoren und die haben wir natürlich immer auch im Blick. Wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt natürlich einen habe, der leidenschaftlich gerne sehr riskante Sportarten ausübt und das fängt für mich beim Skifahren an oder beim Skateboarden fängt es schon an, dann muss ich natürlich mit noch größerer Vorsicht diese Phasen ausklammern, als wenn ich jetzt jemanden habe, der mir sagt, guckt gerne Filme und liest gerne. Der wird auch im Urlaub ein geringeres Verletzungsrisiko haben, trotzdem muss ich diesen Maß, wenn er schwach steht im Geburtsoroskop, immer für diese Phasen im Blick haben. Ich kann ihn nicht einfach übergehen. Was ist denn so, wie bei den Palmblättern gehen, die Vorhersage dient dazu, dass es nicht eintritt, also ist es eigentlich eine Prävention oder ist es eher ein bereit dich mal vor mit 50 wirst du mit dem und dem Krankheitsbild zu tun haben? Nimm es wie du willst, wenn du den freien Willen annimmst, dann bringt es dir was, wenn ich dir ab heute sage, halte deinen Pitta möglichst weit unten, du riskierst Magenschleimhauterkrankungen, du riskierst insgesamt entzündliche Erkrankungen in deinem Körper, hör mit dem Rauchen auf, trink nicht so viel Alkohol, schlafe ausreichend viel und ess vor allem nicht so scharfe Speisen, Milch, Sonst riskierst du Bluthochdruck und dann in der Folge entzündliche Erkrankungen, dann hängt es an dir, machst du es oder machst du es nicht oder kommst du mit 50 und sagst, Mist, Herr, jetzt habe ich die chronische Magenschleimhautentzündung oder diese Arthritis, jetzt habe ich sie dann doch gekriegt, dabei hatte ich es mir so fest vorgenommen. Also ich möchte es mal so sagen, wenn ich eine Bergwanderung plane, dann mache ich mir einen Überblick über einen Wetterbericht und wenn ich weiß, es regnet, nehme ich einen Schirm mit. Wenn ich aber lese, es gibt Orkanböen bis Windstärke 8, dann bleibe ich besser zu Hause. Ja, das macht Sinn, macht Sinn, die Erklärung. Ja, vielleicht so zum Abschluss hingehend, was treibt dich denn an, Marcello? Warum tust du denn, was du tust mit den Palmenblättern und dem Jotich? Warum, was ist deine Mission? Was ist dein Anliegen? Ich finde die ganze Materie, sowohl Palmenblattlesungen als auch vor allem Astrologie so spannend, das ist vom Aufstehen bis zum Bettgehen ein echter Abenteuerfilm, der von morgens bis abends anhält. Das ist, kein Horoskop ist wie das andere, genau wie keine Palmenblattlesung ist wie die andere. Ich bekomme manchmal plötzlich in diesen Lesungen stellen diese Leser da Aussagen in den Raum, die du zu bejahen oder zu verneuen hast, die habe ich noch nie vorher gehört. Also das, manches kommt immer mal wieder gerne, wie Vermögensfragen oder diese Frage nach Eigentum. Übrigens, er hat ja nur gesagt, du besitzt Eigentum und ich habe das dann ausgeweitet, du stehst in irgendeinem Grundbuch drin. Fand ich noch sehr witzig, als ich das gestern gehört habe, diese Äußerung. Diese Äußerung. Und das ist, ja, ein super spannendes Abenteuer und man lernt ja auch ständig dazu, wo kein Horoskop ist wie das andere. Und es gibt Horoskope, da verzweifle ich selber schier, weil ich keinen guten Zugang dazu kriege. Dann brauche ich auch mal eine Supervision bei unserer Ausbildungsakademie und muss diesen Fall einreichen und sagen, komm, lasst uns da mal gemeinsam drauf schauen. Was ist denn da bei dieser Person los? Warum hat denn die so viel Ärger und so viel Katastrophen im Leben? Ich kann es gar nicht so richtig erkennen. Das macht für mich keinen Sinn in diesem Horoskop. Das finde ich gerade super spannend, dass du diesen Punkt ansprichst, dass du sagst, er hat eigentlich gesagt, du besitzt Eigentum, du hast draus gemacht, du stehst im Grundbuch, weil wenn du vielleicht das übersetzt hättest, du besitzt Eigentum, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das Haus meiner Eltern gerade als Eigentum meines Besitzes einzuberechnen, aber diese Idee, dass ich im Grundbuch stehe, das ist bei mir irgendwie verankert. Das ist total krass, weil ich überlege jetzt gerade, wenn du es anders übersetzt hast, du besitzt Eigentum, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hätte ich an eine Wohnung, die ich mir gekauft habe oder an irgendwas anderes gedacht und hätte wahrscheinlich Nein gesagt. Ich weiß, ich weiß. Und das Problem haben wir zum Beispiel in unserem Anamnesebuch, da ist der Jurist in mir durchgekommen, die Eintragung im Grundbuch ist ja eine deklaratorische Rechtshandlung und wenn ich Eigentum besitze, dann muss ich irgendwo drinstehen. Also habe ich es gleich so verpackt, dass wir safe sind in der Aussage. Und das ist aber beispielsweise, fragen wir als Astrologen natürlich, wenn wir so einen Anamnesebogen ausfüllen lassen, auch nach Erkrankungen. Und unser Ausbilder hat mal gesagt, wenn die Leute nicht gerade im Sterben sind oder von morgens bis abends wirklich an Krücken gehen müssen, dann werden die euch, dann werden die sich euch gegenüber als gesund bezeichnen. Weil die vergessen sowas einfach. Die vergessen, dass sie drei Tablettenformen einnehmen müssen. Die vergessen, dass sie schon seit 20 Jahren immer wieder Bahnscheibenbeschwerden haben und tagelang mit Schmerzen im Bett liegen, das blenden die einfach aus. Weil der Mensch will sich diese Schwächen ja nicht unbedingt ständig präsent vor Augen halten, aber er müsste wirklich sehr, sehr genau nachhaken. Nach medikamenteneinnahme und solchen Sachen, weil das ist halt der beste Aufschluss über das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen auch an der Geburtszeit. Weil das Horoskop ist, was Erkrankungen oder körperliche Schwachstellen angeht, lässt sich ein Horoskop nicht betrügen. Wenn ich ein sehr stark verletztes fünftes Haus habe, dann hat der Mensch definitiv, zumindest ab einem gewissen Alter, Probleme mit dem Herzen oder mit dem Magen oder im Lendenwirbelbereich auf der Rückseite des gleichen Körperabschnitts, für den das fünfte Haus steht. Und da muss ich, da kann ich, dann habe ich ziemlich treffsicher einen Unterschied zwischen Löwe-Astendenten oder einem Krebs-Astendenten, weil bei dem das dann anders gelagert ist. Da steht das Ganze dann im sechsten Haus und hat der andere Bedeutung. Jetzt muss ich nochmal fragen zum Abschluss, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich bin jetzt in unserem breiten Grad Krebs-Astendent. Das bedeutet übersetzt in Jyotisch was anderes, richtig? Minus 24,5 Grad. Das heißt, alles, wenn du, wenn du, wenn du in den, das hängt halt von der Gradzahl deines Aszendenten ab. Ein Tierkreiszeichen umfasst immer 30 Grad im Zodiac. Und wenn du über, wenn du unterhalb von diesen 24,5 Grad nach dem westlichen Horoskop deinen Aszendenten Grad hast, dann fällst du ins andere Zeichen. In 300 Jahren können wir pauschal sagen, jeder, der hier westlich sagt, ich bin Krebs, der ist definitiv Zwilling. Und jeder, der sagt, er ist Löwe, der ist definitiv Krebs. Weil dann sind die 30 Grad, Ayyanamscha nennt sich diese Differenz, die sind dann abgefrühstückt und dann ist es definitiv immer ein komplettes Zeichen. Im Moment ist es etwas mehr als zwei Drittel. Und bei mir sind, also ich habe Skorpion und Zwilling im Hintergrund, was die Jyotisch-Astrologie angeht. Irgendwie sowas war die Übersetzung. Kannst du dich da dran erinnern? Nö. Gar nicht, gerade. Nee, ich habe am Abend nach drei Lesungen oder zwei Lesungen habe ich am Abend sämtliche Informationen doch wieder vergessen. Ja, wahrscheinlich auch besser. Ich begegne manchmal Leuten, die geben mir die Hand und sagen, vielen Dank für die gute Übersetzung. Ich sage, ach, ich habe sie übersetzt, ich weiß das nicht mehr. Tut mir recht leid, aber ich kann mir das, du bist auch so distanziert. Das ist so weit weg alles. Ich habe da, ich spüre da zwar in dem Moment für diese drei Stunden meinen Verantwortungsbereich in dieser Arbeit, aber ich rieche nichts, ich schmecke nichts, ich habe keine Ahnung, wie dieser Mensch irgendwie energetisch sich anfühlt. Das ist am Abend wieder weg. Hältst du es für eine sinnvolle Kombination, sich beides anzuschauen oder sagst du erst mal, mach erst mal dein Palmblatt und dann das oder sagst du, nee, es macht schon Sinn, sich beide Seiten anzuschauen? Ich werde oft gefragt im Rahmen der Palmblattlesung, ob ich nicht auch gleich das Zoroskop verlesen will eine Woche später und ich finde es nicht so gut, weil also Palmblattlesen ist extrem exotisch für uns. Du hast ja auch eine Reihe von Aufgaben aufgetragen bekommen, was du anwenden solltest im Rahmen dieses Remedy-Kapitels und meine Befürchtung ist so ein bisschen, die werden von mir definitiv auch nochmal zusätzliche Remedies bekommen und die können teilweise sehr, sehr aufwendig und anstrengend sein und dann ist für mich aus meiner Sicht die Gefahr zu groß, dass die gar nichts machen, die in so einer Schockstarre hängenbleiben und so verwirrt sind und auch das gar nicht so richtig auseinanderhalten können, was kam jetzt von wem und warum soll ich das überhaupt machen? Ich sage immer, mach deine Remedies, gib dir ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit und dann können wir immer noch reden, ich laufe dir nicht weg, ich habe Hüftarthrose, ich sitze immer noch hier an meinem Schreibtisch und kann dann immer noch für dich tätig werden, weil dann rollen wir das Ganze und zwar ein bisschen anders auch, was die astrologische Lesung von einem Palmblatt-Lesung unterscheidet, ist nämlich, dass du ja im Palmblatt kriegst du dein komplettes Leben einmal abgebildet bis zum Anschlag, wenn du willst, auch bis zum möglichen Ende deines Lebens und so würden wir Astrologen nicht arbeiten, sondern wir gehen sehr viel mehr in die Tiefe, schauen uns die Beziehungsdynamik genauer an, wir schauen uns die Familiendynamik genauer an und verharren sehr viel mehr an dem Jetzt-und-Ist-Status und was ich mir nicht rausnehmen würde, ist Prognosen über, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre hinaus zu machen. Geht mir zu weit, weil ich weiß in fünf, sechs Jahren nicht, wo du stehst. Also schlage ich möglicherweise mit meinen Prognosen auch total fehl, das wäre dann vergeudete Zeit für uns beide. Deswegen sage ich dann, lieber komm in fünf Jahren wieder, dann sehen wir weiter. Ja, sowas ähnlich, so sagt mein Bauchgefühl auch, dass ich mich, was das angeht, nochmal in einem halben, dreiviertel Jahr im Frühjahr 24 bei dir melde, weil es ruft mich schon und ich merke gleichzeitig, möchte erstmal der Palmblattprozess richtig verdaut und integriert werden. Ich finde es unwahrscheinlich wichtig, weil genau dafür hast du es auch gemacht. Die Insider sagen, dass dieses 14. Kapitel eigentlich das wichtigste Kapitel ist. Der Rest ist zu 60 oder 70, nach anderer Ansicht zu 97 Prozent mehr oder weniger klar. Der ist ausgesprochen und steht so im Raum. Aber in diesem 14. Kapitel hast du die Instrumente, die Schraubstellen und die wirklichen Ansatzpunkte. Womit kann ich jetzt wirklich einschreiten? Wo kann ich wirklich meinen freien Willen betätigen und was tun? Das sollte man echt sedimentieren lassen und wirken lassen, bevor man den nächsten Schritt macht. Manchello, ich danke dir. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Für deine Zeit und dieses sehr, sehr tiefe, Hintergrundwissen und dem Wandel vom Juristen zum Astrologen. Danke für den Einblick in deinen Lebensweg. Kannst du gut verstehen. Und ja, wenn euch das da draußen mehr interessiert, ich verlinke alles natürlich unter dem Video, wo ihr Marcello und die tutelige Praxis findet. Aber auch nochmal, wie ihr zu den Palmenblättern kommt. Und ja, ich wünsche uns allen ein gutes Vorangehen im freien Willen. Und ja, danke für deine Zeit und alles, alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao. Ja auch, lieber Martin. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank.